Ich hab gar nichts gemacht, wo ich bin Wenn man aus Versehen die Kamera wechselt Wieso Frauen länger leben als Männer Das hat er nicht wirklich gesagt, oder? Ich bin Lehrerin Ich bin Abteilungsleiter in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung Dann habt ihr ja fast den gleichen Beruf Der Bruder muss sein Handy einfach aufschließen Wenn der Chef wegguckt Was geht denn in Zapfe in Offenbach ab? Er hat seine eigenen Teammates geopfert Was zum Teufel geht bei diesem Typ ab? Niemals hat sie das wirklich getan Er wurde danach direkt gekündigt Jojo mach mal heute Seiten auf Fischgeräten Wenn der Verkäufer schon eingeschlafen ist Sonst hat er ja auch noch einen Oh mein Gott Oh, ich hab das 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 Danke für diese unglaubliche Show auf Nusret Level. Erstes Date und er trägt so ein T-Shirt. Lecker Bierchen hat immer Vorfahrt. Bowling mit den Jungs immer sehr entspannt. 1 zu 0 für den Ballon. Was hatte sie sich am Steuer dabei gedacht? Jede Schule hat diese Bälle gehabt. Wie kann er das nicht merken? Er rennt so als hätte er das Rätsel gelöst. Einfach mexikanische Scheibenwischer. Hätte nicht schlimmer kommen können. Zum Glück steht diese Regel da. Ein Vogel, der frei sein wollte, hast du versucht einzusperrt. Das arme Essen. Es kommt nicht auf die Größe an. Wenn die Eismaschine mal wieder kaputt ist. Er hat es einfach so zerstört. Ich habe immer gedacht es wären echte Pferde. Meine Gedanken, wenn ich mich konzentrieren muss. Obdachlose bekommen langsam Upgrades. Ich gehe über diesen Mann und er hat das ganze PS4-Setup. Außen. Mit Wifi? Nein. Wifi kommt bald. 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 FlachsinnelDerBer als das Spiel. Was will er machen? Ein 4-Ball? Okay. Keine Ahnung was das bedeutet aber Chris Melling hat uns schon das ein oder andere Mal verzaubert. Wonderful! Also, wirklich ein Shot wie eine Beethoven Sonate. Und direkt back to work. Jetzt hat er auf der anderen Seite den in der Ecke callt, wenn ichs richtig verstehnte habe. Hör auf haben wir da gehen! das gekommen gerade lässt es so casual aussehen weiter geht's hat auch schon das nächste opfer im visier der gelbe ball soll unten in die corner genau dorthin wo es gerade angezeigt hat dafür müsste er zwar quasi in die zukunft schauen aber wir haben ja chris melding schon erlebt es ist sogar für den hund zu viel er hat zu viel tokyo drift geguckt dafür hassen ihn alle ab heute ein kind weniger wie man sein weihnachtsbaum richtig weg fährt was ist das bitte für ein hauptgewinn ich habe gar nichts gemacht ja 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 ja